Ja, damit uns die Lichter nicht ausgehen, wir haben ja immer Angst, wenn uns irgendwas weggenommen wird, dass gleich die Lichter ausgehen und dass kein Strom mehr aus der Wand kommt und so weiter. Und die Gesellschaft bewegt sich ja in einem, sagen wir mal, geltungstechnisch in ein anderes Geldsystem. Und wie das mit dem Geld so ausschauen könnte oder möglicherweise ausschauen wird, weil es wird uns mit Sicherheit nichts Schlimmes passieren. Das geht nicht mehr. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Perspektiven, damit unser Bewusstsein aus der Angst rauskommt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute den Herrn Thomas Bachsteiner da haben. Einen Bachheimer Steiner. Das sind nur Namen. Der Joe sagt immer, Sie können Joe zu mir sagen, dürfen aber Heidi mich nennen. Okay. Thomas Bachheimer, ich bitte dich ans Mikrofon. Ich nehme mir dann deinen Stick und begleite dich auf der Klaviatur. Thomas Bachheimer. Ja, schönen guten Abend. Während der Maniolo meine Dateien hochlädt, möchte ich mich einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken. Bei der Silvia und bei der Isabella, die da offensichtlich sehr rührig sind, dass wir hier unsere, wir meine ich jetzt das Goldstandardinstitut Europa, dass wir hier unsere Geldideen zum Besten geben können. Ich möchte nur kurz was über den Ablauf sagen. Ich habe eine Stunde Sprechzeit. Wir werden sämtliche Zuhörer heute abholen. Das heißt, wir werden ein paar Basics über das Geldsystem des 20. Jahrhunderts hören. Und dann natürlich hoffen wir, dass wir auch, oder dass ich auch über die Zukunft was sagen kann. Das Eigenartige bei Geldsystemen ist jenes, dass die Zukunft eigentlich immer in der Vergangenheit zu finden ist. Und das werden wir jetzt einmal am Beginn auch gleich feststellen können. Salzburg 2015. Jetzt Bildschirmpräsentation. Da oben, Bildschirmpräsentation in der Mitte. Ja. Ja, und jetzt vorhin von Beginn an. Ja. Ich fange an mit einem Zitat, meine Damen und Herren, eines sehr berühmten Österreichers. Nämlich Josef Schumpeter, der hat gesagt, die Währung einer Gesellschaft spiegelt ihre Seele wieder. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wir haben eine relativ schlampig geführte Währung. Und wir haben, glaube ich, auch eine relativ ungustige Gesellschaft im Moment. Das korreliert wirklich. Ein nicht ganz so bekannter Österreicher hat gesagt, diese Seele gehört auf die Couch. Ich wollte meinen Namen nicht unter Schumpetters Namen stellen. Deshalb habe ich dir auch hingeschrieben, ich. Weil das habe ich gesagt. Und wir legen alle gemeinsam diese Währung heute hoffentlich auf die Couch. Nächste Folie haben wir einen Umschalter auch, oder? Ja, ich möchte Ihnen sagen, Geld ist was Natürliches und hat mit gesetzten Rechts nichts zu tun. Und ich bin ganz natürlich zu dem gekommen, was ich heute mache. Es ist überhaupt nicht wichtig für Sie, wie mein Lebenslauf ist. Ich möchte Ihnen aber nur erklären, wie die Natur Platz greift bei Menschen, die noch auf die Natur hören. Ich war leidenschaftlicher Biertrinker, habe Gösserbier getrunken, war 16 Jahre alt, habe einen Großvater gehabt, dem hat das natürlich sehr gestört, dass ich da mit Gösserleiberl herumrenne. Das war ein gescheiter Bursch. Der hat mir eine Gösser-Aktie geschenkt, damit der Todl was lernt beim Saufen. Habe ich dann auch. Also ich war der Einzige in der Handelsakademie mit Zuschlag in den 80er Jahren, inklusive Lehrer und Schüler, der Aktien hatte, nämlich von Gösser. Und wir sind alle gemeinsam in die Reika gegangen, haben den Kupon abschneiden lassen, ich habe meine 30 Schillingen Dividende geholt, musste ich daher jedes Referat über Börsen und Aktien in der Schule, in der Handelsakademie, ich muss Zuschlag halten, dadurch war ich gleich mit 18 schon mal ein gewisser Experte. Wohlgemerkt, weil ich getrunken habe. Man sieht es leider heute noch. Da drüben auch ein Stehen. Ich habe dann natürlich Aktienhändler-Ausbildungen genossen. Mein Vater konnte es sich zum Glück leisten. Ich war in London, habe mehrere Trader-Prüfungen gemacht und war dann in einem Handelsraum. Und man sieht es mir heute noch an meiner Kleidung an. Ich war leidenschaftlicher Wertpapierhändler. Was mir jetzt ein bisschen peinlich ist, weil ich bin wirklich von diesem Geldsystem, wie der ehemalige Raucher, bin ich jetzt Nichtraucher. Aber es hat mir toll gefallen. Wir Händler hatten in diesem Bankendistrikt eigene Bars. Es waren immer die schönsten Mädels dort. Es war also ein ganz natürlicher, blöder Job, wo man ein bisschen Geld verdient hat, wenn man schlau genug war. Eine Woche vor Weihnachten, 2001, also eine Woche vor der Euro-Einführung, war meine Großmutter bei uns zu Gast, wie jedes Jahr. Und die saß vor einem Grießbaum und die war ein 14er-Jahrgang. Und die hat gesagt, anlässlich der Euro-Einführung, das ist jetzt meine vierte Währungsreform und bei jeder habe ich alles verloren. Und mein Vater natürlich, der hat dem System als Steuerberater sehr wohl gesungen, hat gesagt, so was kannst du nicht sagen. Und ich habe sowieso nicht gewusst, um was es geht, weil ich war ja der supercoole Händler in Dublin. Aber das hat mich nicht schlafen lassen und ich habe noch in den Weihnachtsferien mich beschäftigt, warum jedes Währungssystem verloren geht. Und da sind wir schon bei einem Punkt, ich bin Goldstandard-Institutspräsident in Europa. Wir hatten bisher mehrere hundert Versuche weltweit von Papiergeld-Währungssystemen und jedes Einzelne ist noch gescheitert und jedes Einzelne ist noch von einem Goldstandard abgelöst worden. Das heißt, wenn die Menschen ganz verzweifelt sind, suchen sie die Freiheit. Und ich versuche Ihnen heute zu erklären, dass Goldstandard nichts mit reichen Menschen zu tun hat, aber er befreit die Menschen. Ich habe mich dann natürlich auch beschäftigt damit wissenschaftlich und drei Monate nach der Aussage meiner damals 87 Jahre alten Großmutter habe ich meinen sehr lukrativen Job gekündigt und habe mich nur mehr gekümmert darum, was Geldmengen so anstellen können. Geldmengen, die in einer freien Wirtschaftswelt produziert werden. Und dadurch konnte ich Ölpreise prognostizieren, das hat wie der amerikanische Börsensender gesehen und dann war ich auf einmal wieder im System drinnen als Gast bei der OPEC und war Analyst und habe Ölpreise prognostiziert. Das ist relativ gut gegangen und ich habe dann mehrere TV-Auftritte gehabt, also 85 weltweit. Ich sage das nur, das ist nicht wichtig für Sie, aber wie die Natur mich dorthin bringt, dass ich heute in Salzburg stehe bei einer schönen Veranstaltung mit alternativ denkenden Menschen und ich bin der Einzige, der einen Anzug hat. Das ist ein bisschen peinlich. Also TV-Auftritt, ich sehe es geschrieben, wurde dann im Goldstandard-Institut aufgenommen, aber noch nicht als Präsident. Und dann hat sich ein Milliardär meiner bemächtigt, ich habe damals in Zürich gelebt, der hieß Frank Stronach und der wollte von mir ein Euro-Programm haben, beziehungsweise ein Währungsausstiegsprogramm. Das habe ich ihm auch gern gemacht. Ich war für ihn der Euro-Gruppenleiter und durfte dann mit einem Professor Hankel zusammenarbeiten. Wer kennt den Namen? Sehr viele, sehr viele. Das ist der wichtigste Währungsprophet des vorigen Jahrhunderts und auch dieses Jahrhunderts und der hat mich intellektuell hoffentlich weitergebracht. Seit drei Jahren bin ich auch auf der wichtigsten alternativen Geldplattform hartgeld.com. Kennt das wer hier? Sind Leser hier? Sehr schön, freut mich. Ja, hartgeld.com, seit dem ersten Tag, wo ich hartgeld bin, habe ich keinen einzigen Fernsehauftritt mehr gekriegt. Weltweit. Das muss man sich vorstellen. Also das ist schon recht spannend, was da passiert und wie die alle vernetzt sind. Wir gehen bitte zur nächsten Folie. Wir wollen einmal nur mit den Basics beginnen. Die eigentlichen Funktionen von Geldtauschmittelfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion, das heißt, wenn ich heute produktiv bin, möchte ich für meine nichtproduktiven Zeiten in 30 Jahren Geld sparen. Wenn dieses Geld inzwischen an Wert verliert, bin ich der Betrogene. Das nennt man auch Inflation. Das ist, meine Damen und Herren, kein Erdbeben, sondern das machen die Staaten ganz bewusst, dass sie ihre Bürger enteignen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Inflation da ist, hat es irgendwer für sie geplant, um ihnen Kaufkraft wegzunehmen. Und natürlich hat Geld auch eine Messfunktion. Geld wird von wirtschaftlichen Akteuren, und das, da sind wir jetzt im ersten Kernsatz, von den wirtschaftlichen Akteuren aus mehreren Möglichkeiten gewählt. Was das Passendste ist. In Wien, nach dem Zweiten Weltkrieg, war eine Zigarette eine gute Währung. Versuchen Sie heute einmal mit einer Schachtel Marlboro vier Winterreifen zu kaufen, Sie werden keinen finden, der Ihnen das gibt. Damals hat es das gegeben. Geld ist was Flexibles und muss immer flexibel bleiben. Geld ist keine Funktion des Staates, meine Damen und Herren. Das wird uns nur dauernd über die Massenmedien eingeredet. Geld ist eine Funktion des Marktes und der Akzeptanz der Bürger. Das ist ein Vertrauensding. Bitte in der nächsten Zeit. Die heutigen Funktionen vom Geld werden Sie alle schon erkannt haben. Eine Polizfunktion, Staatsfinanzierungsfunktion, der Staatsbürger wird zum Staat bürgen. Das Versprechen von Politikern, die aufgrund des freien Geldsystems Dinge versprechen, um die Wahlen zu gewinnen, löst aber immer der Bürger durch Betrug ein. Das heißt, alles, was die Politiker heutzutage machen, was über das normale Budget hinausgeht, ist reinster Betrug, anders wäre es nicht zu finanzieren. Wir haben eine Bankenrettungsfunktion, Geldsystem wird von Politikern wie beim Euro am Reißbrett entworfen. Das hat überhaupt nichts mehr zu tun, mit wo sich die Menschen einigen, in irgendwelchen Dörfern, eine Kaurimuschel, Zigaretten, was auch immer, wie man die Wahlen tauscht, sondern das wird jetzt ein Reißbrett. Und damals hat meine Großmutter, die ich schon erwähnt habe, immer gesagt, denkt, wenn Sie mit wem redet, cui bono, wem nutzt es? Und jetzt frage ich Sie, wem nutzt es, wenn in Brüssel ein paar Bürokraten einen Euro erfinden vor 15 Jahren? Ihnen sicher nicht. Und wir stehen jetzt vor den Trümmern, und ich kann Ihnen garantieren, ich habe das schon vor elf, zwölf Jahren gesagt, hat mir keiner geglaubt, bei meinem ersten Vortrag wurde ich auch hinausgeschmissen, aber nicht, weil ich wiff bin, sondern weil ich mich einfach ein bisschen mehr eingesetzt habe in das Thema. Wir gehen zur nächsten Formel. Ein Ratespiel, meine Damen und Herren, das Budget sollte ausgeglichen sein, die öffentlichen Kassen wieder gefüllt werden, die öffentlichen Schulden reduziert. Die Hilfe für andere Länder sollte massiv beschnitten werden, sodass wir nicht bankrott gehen. Die Menschen müssen wieder lernen zu arbeiten, anstatt von staatlicher Hilfe zu leben. Die, die das kennen, sollten bitte schweigen. Die, die es nicht kennen, ratet einmal, wer das gesagt hat. Also in Salzburg ratet man nicht gerne, also dann werden wir die Zeit abkürzen. Nächste Folie? Das war ein gewisser Zizero 55 vor Christus. Wenn wir jetzt den Zizero mit meiner supergescheiten Oma, die eigentlich gar keine nominelle Bildung hatte, verbinden, dann wissen wir, um was es geht. Die Politik und die Staatsführungen haben in jedem System, ob Militärdiktatur, ob normale Diktatur, ob Republik, ob konstitutionelle Monarchie oder Monarchie, immer das Geldsystem dazu verwendet, die Bürger zu entrechten und zu enteignen. Jetzt müssen wir leider fünfmal durchplatteln, weil da habe ich die Bilder dafür. Wir werden abschließend jetzt zum Diskurs des freien Geldes über das 20. Jahrhundert sprechen. Wir müssen nur noch einmal ganz kurz zuvor gehen. Das erfolgreichste und längst währendste Währungsregime wurde aufgebaut von einem Herrn Newton. Und viele wissen das vielleicht nicht. Das war nämlich der Sir Isaac Newton, seinerzeit einer der gescheitesten Menschen auf diesem Globus. Der hat für die britische Krone ein Goldstandardsystem entwickelt, das sich über 175 Jahre gehalten hat und wo nach 175 Jahren 75 Prozent des Welthandels unter einem Währungsregime à la Newton abgeführt wurde, weil es das faireste für alle Beteiligten war. Ein Geldsystem muss immer fair sein. Dann vertrauen die Leute und Vertrauen ist die Basis. Weil wir immer wieder Menschen haben, die das abbiegen, brauchen wir Gold als Ersatz für Vertrauen. Das ist der zweite wichtige Satz. Die Probleme für Banker waren, die Regierungen konnten bei der Goldstandard entscheiden, wie viel Geld gedruckt wurde und die Banken verdienten dabei nichts. Und dann hat es sich begeben, zwischen 1875 und 1913, dass es mehrere Versuche gegeben hat, in den Vereinigten Staaten aus einem Goldstandard auszubrechen und ein zentral bankengeführtes Geld zu machen. Nächste Seite bitte. Entschuldigen, ich habe das echt nicht gewusst. Am 23.12.1913, das ist eins von drei Horrordaten für uns alle, wurde die erste bahnbrechende Federal Reserve gegründet, nachdem vorher schon einige Versuche gestartet sind, versagt haben. 23.12.1913 deshalb, weil da konnte man einige Senatoren, mit wenigen Senatoren die Mehrheit haben, weil die anderen, die im Westen waren, sind schon im Zug heimgereist. Das heißt, das ist der First Name Club, der sich dazu aufgeschwungen hat. Das waren lauter Banker, die haben das kreiert, bezeichnenderweise auf einer Insel vor Georgia, die heißt Jackal Island. Und am 23.12. wurde es abgestimmt. Und wie jedes Gesetz musste aus dieses Gesetz vom US-Präsidenten unterzeichnet werden. Das war damals der Woodrow Wilson. Und Woodrow Wilson ist nach einigen Wochen draufgekommen, was er da getan hat. Und das hat bis heute Wirkung und Kraft. Und Woodrow Wilson, das ist ein Originalzitat von ihm, ich bin ein höchst unglücklicher Mann, unwissentlich habe ich mein Land ruiniert, eine große Industrienation wird kontrolliert vom Kreditsystem. Dieses System ist hoch konzentriert. Und jetzt kommt das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten befinden sich in den Händen einiger weniger Menschen. Und genau so ist es. Sie wissen das auch. Ich muss es nur herleiten, damit wir alle gemeinsam in die nächsten paar Folien hineinschreiten können. Nächste Bitte. Sehr interessant, wenn man sich währungsgeschichtlich beschäftigt, ist die nächste Folie, weil wir sehen, dass bis auf zwei Währungen weltweit alle wichtigen Währungen im 14er Jahr umgestellt haben. Im 13er Jahr ging es nicht mehr, weil das war zu Weihnachten, Amerika und alle anderen, bis auf Schweiz und Schweden, haben ihr Währungssystem auf Zentralbankensystem umgeschaltet, beziehungsweise das alte Währungssystem abgeschafft. Und ich habe mit sehr vielen Historikern gesprochen, auch mit dem Hankel. Diese Abschaffung ist der Grund für die unendliche Dauer des Ersten Weltkrieges, weil in einem natürlichen Geldsystem hätte niemand die pekuniären Mittel dafür gehabt, einen Krieg so lange zu führen. Das werden alle Geldhistoriker sagen, der Weltkrieg, der Erste, wäre noch drei, vier Monate vorbei gewesen. Und selbst in meiner Familie sind auch Geschädigte, ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz klar war, die Tante Gusti, einige hier im Publikum kennen Sie, haben gesagt, Gold gab ich für Eisen, da haben wohlhabendere Familien, haben ihr Gold gegeben, Staatsanleihe, das war dadurch möglich und haben Eisen und tote Söhne zurückbekommen. Also man sieht einmal, was dieses Geldsystem, dieses freie Geldsystem in den ersten vier Jahren seiner Existenz bereits angestimmt hat. Ja, seit 1913 haben wir das, wer sind die Gewinner von einem Zentralbankengemanagten Geld? Das sind zweifelsohne die Zentralbanken, die Banken, die Politik, die Konzerne, die sich die Politiker kaufen, die wiederum von den Bankern auf die Bank Einfluss nehmen und umgekehrt. Und es gibt einen Machtwechsel auch mit Fortnahme und der Dauer eines Papiergeldsystems, wo immer mehr die Banker mehr zu sagen haben als die Politik, weil die können sich die einfach irgendwann einmal nach zehn Jahren kaufen. Die Verlierer sind der Steuerzahler, der Sparer, das gesamte Volk, aber auch ideologische Werte wie Freiheit, Demokratie und die Bürgergesellschaft. Das Problem, um unfinanzierte Versprechen zu lösen, wird Geld gedruckt. Gelddrucken heißt immer Inflation, es kommt zur Enteignung der Bürger, es kommt immer zur Deflation, danach Inflation, danach Crash. Monetärer anstatt budgetärer Staatsfinanzierung, wir werden das heute noch zwei, drei Mal hören, die budgetäre Staatsfinanzierung sagt, dass die Menschen, die Politiker, die den Staat nur führen können mit den Einnahmen, die sie aus der Steuerlast generieren. Mit monetärer Staatsfinanzierung kann ich über geldpolitische Tricks unfinanzierbare Wahlversprechen finanzieren. Und die monetäre Staatsfinanzierung wird je älter ein Papiergeldsystem ist, immer größer und die budgetäre immer kleiner. Das heißt, der Zusammenhang zwischen der persönlichen Steuerlast, was ich da zahle, und den Staatsausgaben wird nicht mehr sichtbar. Ich kann das nicht so erkennen, weil die Tricks hinten herum und betrügen mit dem Sportbuch und mit den ganzen Crashs und mit Inflation und so weiter. Das ist eines der Wesen von Papiergeldsystemen. Wir können gar nicht mehr, wir sind komplett wussler im Hirn, wir kennen uns nicht mehr aus und wir können gar nicht entscheiden mehr, ob ein Politiker jetzt wirklich seriös haushaltet oder nicht. Und das ist natürlich zum Wohl der Politiker und Sie können sich auch vorstellen, was das soziologisch für Relevanz hat, welche Menschen dann gewählt wären. Nämlich Menschen, die die Pappen aufreißen. Und genau diesen Böbel haben wir jetzt seit 20 Jahren an den diversen Regierungen Europas und auch in Amerika. Ja, aber natürlich gibt es extreme Verwerfungen durch das Papiergeldsystem. Man bezahlt nämlich Schulden mit gedrucktem Papier, man hat schon in den 20er Jahren natürlich enorme Inflationen erreicht. Dann ist ein Börsencrash gekommen, weil sie zu viel Geld entlastet hat in die Börsen hinein 1929, der natürlich durch Gesetzesänderungen entstanden ist. Kein Börsencrash passiert natürlich, meine Damen und Herren, das ist immer gesteuert und man weiß immer, wer der Verlierer ist. Beim Börsencrash 1929 haben 16.000 Banken alles verloren, weil zwei Tage vor ein Gesetz verabschiedet wurde, wie man Börsenpositionen führen muss und es sind ein paar weniger überblieben, wie Goldman Sachs, JP Morgan und andere Konsorten, die uns heute noch ziemlich auf die Eier gehen. Diese Verwerfungen haben natürlich zu gewaltigen Problemen geführt, nachher sogar der Zweite Weltkrieg wäre aufgrund dieser finanzpolitischen Verwerfungen auch entstanden, so weit traue ich mich nicht gehen, weil ich keinen festen Beweis dafür habe, aber auf jeden Fall hat man noch vor Beendigung Desemben sich in Bretten Wutz getroffen, die zukünftigen Siegermächte auch mit die zukünftigen Verlierermächte und man hat schon gesagt, also wenn wir da Fertigkraft haben, müssen wir jetzt was Neues aufbauen, weil das Papiergeldsystem funktioniert nicht, das heißt, 1944 haben wir wieder einen Schritt zurück Richtung Goldstandard gemacht und man hat leider Gottes aus dem Geldsystem eine Spielbank gemacht und der Groupier war bei einem anständigen Land wie Deutschland damals, also, nein, das ist jetzt blöd, 1944, aber Geldpolitisch anständigend Land wie Deutschland, wäre nicht das passiert, was mit Amerika passiert ist, weil man hat Amerika als den Chipgeber, wie im Casino, die Menschen sind mit ihrem Gold nach Amerika gegangen und die haben dafür Dollar bekommen, für eine und zu 35 Dollar und die Amerikaner und das ist der Grund, Sie werden das öfters in den Zeitungen lesen, warum Deutschland und Österreich die Probleme hat, das Gold wieder zurück zu bekommen, weil es der Grund, dass es drüben ist. Die Amerikaner, wir werden das nie wieder sehen, das Gold, das ist auch klar, aber das ist Bretton Woods, aber man hat es genannt, Stabilisierung des Währungssystems und das hätte auch funktionieren können bei einer anständigen Nation, aber bei dieser Nation natürlich nicht, der Zahlmeister hatte nämlich mehrere Programme, eines davon war Apollo, ich war drei Jahre bei der Mondlandung, bei dem zweiten Mondlandung war Vier, da kann ich mich glaube ich schon erinnern daran und ich habe mein Leben lang nur Raketten zeichnet, bis ich Geldpolitik kennengelernt habe, jetzt zeichne ich in Armstrong nicht mehr und keine Raketten mehr, weil neben dem Vietnamkrieg und dem Koreakrieg hat man auch Apollo finanzieren müssen, was hat man gemacht? Man hat wesentlich mehr Dollar gedruckt, als Gold in den Kassen Amerikas war und ich habe bei einem Treffen der Warenpräsidenten, das heißt Kaffee-Präsident, Gold-Präsident, Kupfer-Präsident in Genf, hat mir der Kaffee-Präsident, der war damals 1995, gesagt, im arabischen Raum hat man 1968 das bereits gespürt und man hat Gold schon für 40 Dollar getauscht statt für 35, weil man wusste, es ist viel Geld unterwegs. Das hat noch jemand gewusst, nämlich der John F. Kennedy, den hatte man 1962 ja, hat man den mitgeteilt, du Kennedy, wir betrügen eigentlich die ganze Welt, du solltest das auch wissen, weil du spürst so einen Ehrlichen. Dann hat der gesagt, die Damen, verzeihen mir das jetzt, der Originalzitat, if they find out, we are fucked, völlig klar, und er hat gesagt, das ändern wir jetzt. Und 1963, genauer gesagt, am 5. Juni, er lässt die Executive Order 11.110, wo er vom Finanzministerium befindlich ist, Silber zur Deckung von neuem Geld verwendet hat, das Geld hat ein Marschall gehabt, das Problem war, Zentralbank und andere Banken haben mit diesem Geld nichts verdient, und ich will jetzt nicht sagen, wer den ermordet hat, weil ich es selber nicht weiß, aber man kann sagen, dass die Bankenwelt ein großes Glück hatte, dass der ermordet wurde, und ohne reißerisch werden zu wollen, alle kennen das graue Kostüm von der Jacky O., wie sie mit dem Flugzeug, das noch blutig war, nach Washington fliegen, unten im Laderaum der Sorg von John F. Kennedy, und es sind zwei Amtshandlungen basiert, weil zufälliger Friedensrichter an Bord war, eine Frau, der Lyndon B. Johnson, wurde als Präsident angelobt, noch in der Luft, und die Executive Order 11.110 wurde noch in der Luft zurückgenommen. Da kann man sich einmal vorstellen, wie dringend das war für die. Zum Nachdenken, könnte man eigentlich auch klatschen. Es war eine Wirtschaftsbelebung auf Kosten der Bürger, die Banken haben bei der Staatsverschuldung nichts verdient. Das hätten man ja dann wieder einziehen können, das Geld. Der John F. Kennedy hat eine wesentlich positivere Rolle gespielt im Geldwesen, als er insgesamt eh schon gehabt hat. Aber dieser gute Ruf beruht irgendwo und wird das von den Medien, die natürlich alle sind von den Banken gekauft, nicht weitergetragen. Dann hatten wir noch einen relativ spitzigen Politiker in Europa, der war der Charles de Gaulle, weil der hat in den französischen Zeitungen über die gesamten 60er Jahre gesagt, die Amerikaner betrügen uns mit dem Geldsystem. Was dazu geführt hat, dass er 1969 seine Leute nach New York geschickt hat mit einem Kriegsschiff, das ist dort angelandet und hat gesagt, so Amerikaner, jetzt möchte ich mein Geld haben. Ah, mein Gold haben. Und die Amerikaner haben es ihm ausgehändigt und er ist wieder nach Hause gefahren und er ist der letzte Staatschef der westlichen Welt, der im großen Stil Gold zurückgeführt hat in sein Land. Es gibt noch ein Land seit Weihnachten, das auch Gold zurückgeführt hat. Sie lachen, so Sie wissen es. Holland. Holland hatte eine Untersuchungskommission, weil in Amsterdam der MH17 gestartet ist und hat die Untersuchungskommission abgeschlossen und nichts bekannt gegeben. Offiziell, es sind irrsinnig viele Holländer gestorben. War gut für die Amerikaner. Komischerweise haben sie eine Woche später 122 Tonnen des Goldes zurückbekommen. Das war am letzten Dezember Woche 2014. Seit de Gold hat niemand mehr sein Gold bekommen. Schauen Sie sich diese Dinge an. Das sind keine Verschwörungstheorien. Schauen Sie sich an, wann Holland den Untersuchungsbericht abgeschlossen hat und ihn nicht veröffentlicht hat. Schauen Sie wie viele Holländer gestorben sind und schauen Sie wann Holland das Zentralbankengold gekriegt hat. Das ist sehr interessant. Auf jeden Fall war der Schall die Gold an in New York. das Gold raus geholt? Ja, bin ich schon zu weit. Nein, passt schon. Nein, passt. Neben dem John F. Kennedy sind vier andere Präsidenten und es sind nur vier, die im Amt gestorben sind. Und alle vier, Sie können es hier lesen, wollten den Gold Standard stärken, Kreditausgabe der Banken einschränken oder einen Gold Standard einführen. Das ist leider, das klingt auch reißerisch, oft denke ich mir, ich sage es nicht, aber es ist ein historisches Faktum, Sie können das alles vergoogeln. Das ist wirklich spannend, wenn das die Leute mehr wissen, deshalb dingle ich damit herum und erzähle das auch, das ist historische Tatsachen jetzt bitte. Auf jeden Fall hat der De mich und das ist das dritte und letzte historische Datum, das ist unser 9-11 persönlich. Das ist der 15. August 1971, da hat der Richard Nixon das sogenannte Goldfenster, was in Brettenwutz errichtet wurde, wieder aufgelöst. Er hat die Einlösepflicht des Dollars in Gold aufgelöst, das ist eine einseitige Vertragsauflösung und keiner hat was gemacht dagegen, einseitig. Er hat die Haftung des Staates für den Dollar aufgehoben. Die Dollarnoten wurden dadurch eine freie und private Währung, meine Damen und Herren, weil die Federal Reserve aus vier und nachher sechs privaten Banken entstanden ist. Das heißt, da gibt es vier Familien, die drucken Geld, stellen es dem amerikanischen Staat zur Verfügung und kassieren dafür Zinsen. Haben aber keine Kosten und wenn amerikanische Charlotte in den Krieg geht, kassieren den mächtig ab. Weil der Staat Staatsanleihen braucht und Kredite aufnimmt bei einer privaten Bank. Ich weiß, dass viele das von Ihnen wissen, aber man kann es nicht oft genug sagen, das muss im Bewusstsein der Menschen drinnen sein. Der 15. August 1971 ist wirklich der Gott sei bei uns Tag. Dollar und anderes Geld ist nicht werkhältig, sondern nur mehr durch ein Legal Dender Gesetz legalisiertes Geld. Das heißt, wir werden gezwungen von den Zentralbanken dieser Welt, die Dollar und die Euro und das ganze Klumper zu verwenden, was naturrechtlich überhaupt kein Geld ist, weil es ein rechtspositivistischer Akt ist, weil Menschen, die das Recht machen, sagen, das ist jetzt Geld. Man sagt auch, es werde Geld, da bedingt man sich der Bibel, es werde Lux, Fiat Lux, es werde Licht und Fiat Money System. Das ist das, was ich jetzt im Groben beschrieben habe. Nächste Folge, bitte. Meine Damen und Herren, Sie sehen da, wie die Dollarnoten ausgeschaut haben bis 1971, es war überall, Sie sehen es am oberen Schein, ganz unten im Goldcoin oder Bearable in Gold, Bearable in Silver. Man hat überall draufgeschrieben, Geld war bis 15. August 1971 ein Lagerschein, es ist was dahinter gestanden. Merken wir uns das bitte? Da war es dahinter. Seit 1971 ist es ein Schuldschein, weil eine Bank gibt eine Staatsanleihe aus und dadurch entsteht im Wesentlichen Geld und die anderen Banken können das als Mindestreserve verminden und haben einen Hebeleffekt dadurch. Also vom Lagerschein zum Schuldschein. Nächste Folge, bitte. Und man sieht, da waren Sie wieder verblüffend ehrlich, die Amerikaner, Sie haben einen Goldschein, unten sehen Sie das, aus dem Wort Gold einen Buchstamm gestrichen. Halben Stunde schon? Sie haben einen Buchstamm gestrichen, Sie haben das L rausgenommen und haben reingeschrieben, in God we trust. That's it. Das heißt, wir vertrauen uns auf Gott. Und was man nachgemacht hat, ist, oben hat man geschrieben, beim oberen, bei der Vorderseite des Dollars, Federal Reserve Note. Und unten United States auf Amerika. Aber das United States auf Amerika heißt nichts anderes, wenn man im Abzug bittelt, wie in die 70er auf einen VW-Käfer hin. Und United States of America. Das ist nur zierte. Es ist eine Federal Reserve Note. Das sollte man unbedingt wissen. Seitdem es ein Schuldgeld ist, können Sie sich jetzt vorstellen, wie die öffentlichen Schulden, sehen Sie, wo 1971 ist, schauen Sie, wo die öffentlichen Schulden heute sind, kann niemand bezahlt werden, wird nie mehr repariert werden, es wird zu einem Crash kommen, der wird so gewaltig sein, dass die 30er Jahre der Gänger Montessori schon waren. Das kann ich Ihnen garantieren, weil das kann man mathematisch nachrechnen. Schützen Sie sich davor, binden Sie sich Ihren eigenen Goldstandard, kaufen Sie sich gut, wo immer Sie wollen. Ich verkaufe eh kein, ich habe nichts davon, wenn ich das sage, aber ich schwöre Ihnen, in den nächsten Jahren werden sich Dinge am Geldwesen abspielen, die noch nie ein Mensch gesehen hat oder davon gelesen hat. Weiter, bitte. Ja, das müssen wir jetzt auslassen angesichts der Zeit, also wir wissen eh, Geldmengenwachstum ist Inflation, je mehr Geld da ist, bei gleicher Gütermenge, desto teurer wird der Preis, nur dein Gehalt steigt immer hinten noch ein Jahr später, damit enteignet man uns und so ist die Kaufkraft des Dollars gefallen, weiter, bitte. Und ein großer Ökonom, der komischerweise dann nicht ermordet wurde, ich habe das in den 70er Jahren schon gesagt, Inflation ist die einzige Form der Besteuerung, die der Bürger nicht merkt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, so, da sind wir. Das freie Geld und seine Folgen, ich habe es schon angesprochen, ich muss noch einmal ansprechen, wir haben monetäre statt budgetäre Staatsfinanzierung, das heißt, die finanzieren sich mit Schmess, Tricks und Verschuldung. Niemand auf der Welt würde bei goldenen, gedeckten Staatsanleihen dem Staat ein Geld bohren, niemand. aber die bauen sich heute noch Geld aus wie die Bösen. Sogar Griechenland kriegt noch Geld. Demnächst, aber das ist ihr Geld, meine Damen und Herren. Ihr Geld, weil die Kapital- und Finanzmärkte miteinander so verwoben sind. Politiker machen unvergänzieren Revolversprechen, enteignen durch Inflation, es wird zu viel versprochen, um Stimmen zu kaufen und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo einige sich auch an der Nase nehmen müssen, ist die kollektive Korruption, vor allem Österreich. Weil die wollen immer wieder den Häupl, die wollen immer wieder, um parteipolitisch zu sein, dem Schwarzen in Niederösterreich, der hat bei der Landtagswahl 2013, zwei Wochen vor der Wahl einen eineinhalb Milliarden Wohnbauskartal hingelegt und hat 50% der Stimmen gekriegt. Ja, nicht, weil es den so klasse finden, sondern weil der österreichische Staat aus uns Bürgern korrupte Bürger gemacht haben und wenn die Bürger schimpfen, dass die Politiker korrupt sind, Politiker werden von den Bürgern gewählt und korrupte Bürger werden korrupte Politiker. Ich nehme jetzt einige aus. Aber wir müssen uns alle ein wenig an der Maße nehmen, die sagen, ich möchte von meinen Versprechen nicht abgehen, ich bin ein Lehrer in einem Semmering oben und ich muss in Bröllwöhn oder der Neugebauer hat recht. Das ist alles unfinanzierbar, was wir machen, aber weil wir selber auch zum Handkuss kommen oder einige von uns, ich nicht, ich habe mich da wirklich entfernt von der ganzen Sache, deshalb haben wir dieses Problem. Also wir selber sind auch als Gesellschaft schuld daran. Der Stimmenkauf bringt die Schulden. Früher wird die noch anständiger geworden, muss man sagen, was haben die gemacht in den 60er und 70er Jahren? Österreich hat sich an der harten Demak orientiert und wir haben wirklich eine wunderschöne Infrastruktur gebaut, Österreich ist infrastrukturell gut gelaufen, bis in die 90er Jahre, bis wir zur EU gekommen sind, haben wir das Geld eingesteckt in sinnvolle Projekte. Aber jetzt verspricht man natürlich, weil man Stimmenkauf machen kann, Grundsicherung für jeden, ich kann das machen, deine Kinder können das und das machen, du brauchst nichts dazu leisten, Pension kriegst sowieso immer und das sind verkonsumierte Schulden, die wir jetzt haben und nach Griechenland überweisen wir es alle paar Wochen mehr geht und das ist eine Zweckentfremdung von Steuermitteln, meine Damen und Herren, der können wir nicht mehr zustimmen, weil die ist auch verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Alles nur wegen diesem Scheißgeldsystem. Ich reg mich heute, das ist mein 300. Vortrag, aber ich reg mich heute noch darüber auf. Wir kommen zum Euro. Wenn Gesellschaften sich vereinigen, das haben wir mit Historikern durchexerziert, kommt es, der erste Schritt einer Vereinigungswunsch ist, ich bin ein Steirer, unten sind die Italiener, die haben Olivenöl, wir haben keine Bananen, aber wir haben Lamm, Fleisch, Kernöl, Olivenöl, Kernöl ist auch schön, wir tauschen das untereinander, natürlich wollen wir haben, dass das gesicherte Pfade sind und dass da keiner überfällt und dass wir rechtlich irgendwo den Tauschhandel organisieren, ist der zweite Schritt, es kommt zu militärischen Bündnissen und einem regeren Außenhandel, ich muss leider schnell tun, weil die Zeit merkt noch davon, der dritte Schritt ist Kultur, Nahrung und Sprache, ich kaufe mir die Nudeln, der kauft das Lammfleisch, der heirat meine Schwester, ich gehe mit die Italiener Fußball spüren, das dauert aber alles in allen, Jahr historisch immer, meistens wurde es aber auch durch einen Krieg abgekürzt, muss man sagen. Die EU hatte diese Vision ja auch und das ist ja auch nichts Schlechtes, aber die EU hat eines nicht verstanden oder beziehungsweise schon verstanden, sie wollten immer Verfassung machen und eine Finne und eine aus Portugal und eine aus Greta einigen sie einfach nicht auf ein Verfassung, weil das und jetzt kommt man zum Naturrechtlichen, das ist was, was in mir drinnen ist. Ich weiß, mit acht Jahren was gut ist und was schlecht ist und wenn in Italien der Diebstahl höher oder tiefer bestraft wird, sage ich, nein, bei uns ist das so und das gehört so. Ich möchte ein Beispiel nehmen, wenn du einen Achtjährigen sagst, ein Königssohn ging in den Wald und fand eine Kiste Gold und er war reich und glücklich für immer. Glauben wir, oder? Wenn man jetzt sagt, ein EU-Kommissionspräsident ging in den Wald und er fand eine Kiste Euro und ein paar Sonderziehungsrechte und er war reich und glücklich, das widerstrebt uns ja schon, oder? Genau in dieser Welt leben wir im Moment. Die wollen uns das Märchen vom EU-Kommissionspräsidenten aufbinden und wir werden mit Sonderziehungsrechten und sonst monetären Schwachsinn glücklich. Kann nicht gehen. deshalb musste man aus dem Euro was anders machen. Das hat natürlich mit der Wiedervereinigung zu tun, die Franzosen Engländer haben nicht so recht wollen. Man hat sich gesagt, dann schwächen wir einfach die Deutschen über den Umweg, dass wir sagen, der Euro kommt als Rechtsersatz, weil wir haben keine Verfassungen, aber wenn alle die gleiche Währung verwenden, dann werden sie sich auch annähern. Aber da hat man einige Rechnungen nicht gemacht, weil diese Länder unterschiedliche Entwicklungsstadien hatten, unterschiedlich konjunkturell unterwegs waren, unterschiedliche Kulturen hatten, sogar die Franzosen und die Deutschen divergieren, die Franzosen sind eher eine Agrarindustrie und die Deutschen sind Hightech, mit der Metad passeten in einen optimalen Währungsraum. Es gab nur einen bisher in Europa und das war Österreich Deutschland. Mentalitätsähnlichkeiten, hoher Austausch von Arbeitskräften, und hoher Austausch von Waren. Und deshalb konnten wir unter der D-Mark, einige, die Älteren hier können sich erinnern, haben wir eine starke Währung führen können. Aber das an Griechen kannst du nicht in die Teams reinbringen. Stellen Sie sich alle vor, meine Damen und Herren, schauen wir uns ein bisschen um, die Männer da herinnen und alle kriegen den gleichen Herrenanzug. Jeder ist mit seiner Kleidung sehr fesch, aber der große Herr da vorn, mein Anzug, wird es klar, oben zwei wahrscheinlich leider, aber er wäre zu kurz, ich mit dem Anzug dieses Herrens, passet auch nicht eine, das funktioniert einfach nicht, das ist etwas Natürliches Erwähren und da hat man, um eine politische Vision zu begründen, eben diesen rechtspositivistischen Akt gelegt und ein Währungsgesetz erlassen, im Gegensatz zum Gold, was einer findet, was in uns drinnen ist, wo wir wissen, dass es sind wert. Das Naturrecht, das schon ewig, das sind die in uns angelegten Dinge. Das war in der Antike als ethisch wünschenswert, dass man gesagt hat, nur das, was wir fühlen, soll recht sein. Der Thomas von Aquin hat das tituliert als Einhaltung der Vernunftordnung. Denken Sie jetzt an die Brüsseler Glühbirnen Verordnungen. Ist das Naturrecht oder ist das Rechtspositivismus? Brauche ich Sie nicht fragen, Sie lachen alle da herinnen. In der Aufklärung hat man dann noch einen naturrechtlichen Ansatz ohne Gottes Bezug genommen, weil vorher war ein bisschen viel Religion dabei. In der französischen Menschenrechtserklärung ist rein naturrechtlich und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung nicht aber die amerikanische Verfassung. Das ist schon ein rechtspositivistischer Arg. Ich versuche Ihnen dann zu erklären, warum. Naturrecht, noch einmal Definition, sind diejenigen Rechtsgrundsätze, die in der Natur der Sache und in der Natur des Menschen angelegt sind. Ich lese nur in ersten Fall aus Zeitgründen, aber damit man wissen, worum es geht, ein sechsjähriger Bub weiß, ich darf an der Pflege keine Flügel ausreißen. Da brauche ich keine EU-Verordnung dafür. Ja? Nächstes. Dem gegenüber ist der Rechtspositivismus, das ist, worauf die EU begründet ist. Auf reinen Gesetzen der Machthalter. Ein Rechtspositivist ist, der Staat macht die Gesetze, er macht aber nicht unbedingt irgendwas besser als die Gemeinschaft. Gesetze geschehen aus der Position heraus, die stärker sind als die Position des Individuums, das sehen wir auch jeden Tag, ich möchte meinen normalen Glühbirnen verwenden, darf ich nicht. Gesetze müssen nicht richtig und nicht logisch sein, sie haben den Machthaber zu dienen. Glühbirnenverordnung, Gasthaus, Anti-Rauchverordnung und und und. Am Beginn eines Gesetzes steht immer ein Einzelner oder ein Anlassfall oder eine Idee. Da fahren zwei Zaun bei der Kreuzung ist ja immer eine gute Idee. Nur der Machthaber, der Gesetz ist gesetztes Recht, nicht angelegtes Recht, sondern gesetztes Recht, der Machthaber macht immer daraus ein Gesetz, wo er profitiert, wo er seine Position stärkt, seine Macht stärkt, psychologisch, aber auch die Jury und natürlich ein bisschen was kassiert. Am Beginn eines Gesetzes, also haben wir schon, und das Individuum muss nun so vorgehen, dass es trotz der Gesetze seine Ziele verwirklichen kann, und reden Sie einmal mit ein paar Selbstständigen in den letzten fünf Jahren, wir verzweifeln ja alle, oder? Ich bin von der Schweiz wegen einem Fränk, mittlerweile bin ich besser auf den Fränk, zurückgegangen, nach Österreich. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin ein Steuerberater, Kind, ich kannte mich ein bisschen aus in Österreich, aber das ist ein Wahnsinn. Man kann es nicht mehr in Worte fassen, was da vor unseren Augen abgeht. Und wir kollektiven Bürger wählen in der Mehrheit immer diese Menschen, die das dort orchestrieren. Karl Zuckmeier hat schon lange vor der EU gesagt, erst kommt der Mensch, dann die Menschenordnung. Haben Sie das Gefühl, dass der Mensch in Brüssel irgendwo eine Rolle spielt? Oder eher die Menschenordnung? Das muss man zerstören, das muss man durch Widerstand zerstören. Nicht mehr wählen gehen, einfach gar nicht mehr hingehen, weil wenn nur 15% die Wahlurne gehen, dann ist auch vorbei. Und jetzt sage ich, was als Steuerberater kommt, wo mein Vater anfänglich sehr böse war, aber jetzt verstehe ich das auch, die Selbstständigen unter uns sollten die Steuern einfach nicht mehr sollen. An Sumpf kann ich nur trocken legen, indem ich mir kein Wasser mehr gebe. Und das rechtspositivistische Instrumentarien, die wir da haben, das sind erstens einmal die Zentralbanken, dann die Weltbank, dann die grauheurige Schicksen, woanders kann man es nicht bezeichnen, vom IWF. Die EU, EZP und ESM, niemanden von denen haben wir gewählt. Keinen einzigen von den Entscheidungsträgern. Können Sie sich noch an die Bundesbank erinnern, das war die einzige halbeste Zentralbank, die vorne markiert hat, diskret und eine gute Währungspolitik geführt hat. Haben Sie einmal gewusst, wie da der Chef heißt? Oder wie der Chef der Österreich-Nationalbank hieß in die 70er-Jahre? Weiß niemand, nur wenige. Aber von dort aus, wer der Trage ist, wer der Ben-Pernenke ist, wer der Grinsmann ist, wer die Janet Yellen ist, das wissen wir alles. Die haben sich, ohne dass wir sie gewählt haben, über uns drüber gestimmt, meine Damen und Herren. Und wir hucken da, trinken ein Bier und finden die Welt noch lässig. Wir müssen jetzt aufstehen und das ändern. Allein können wir es nicht. Lesen Sie hartgeld.com weiter bitte. Ja, ein Politbüro, da sind wir jetzt im rechtspositivistischen Superwahnsinn, erfindet eine Reißbrettwährung, die Einführung der Währung ist top-down. Eine Währung, noch einmal zurück, mehrere Menschen entscheiden sich, ja, gib mir du einen Sessel, lieber Tischler, ich gebe dir sechs Fische, ja, das passt dann auch mit der Zeit nicht, weil der hat dann 100 Fisch daheim, ja, dann, ja, dann der Nachbar baut wieder was und dann finden wir eine Muschel, die wir alle toll finden. Wir einigen uns in der Interaktion. Sogar der US-Dollar, der wirklich eine ganz eine schäbige Währung ist, hat anfänglich seine Funktion erfüllt und es hat über 80 Jahre gebraucht, bis die in Amerika sich auf den US-Dollar geeinigt haben. Und den Euro haben wir so gekriegt, top-down heißt von oben herab. Keiner. Ich war eh zu jung, ich habe für die Republik noch nichts geleistet und mein Vater und alle diese Berufskollegen, die haben das nicht verstanden, ich darf das auch sagen, die haben das nicht verstanden, dass man unsere Währung wegnimmt und dafür was völlig Sinnloses bekommt. Die haben das so geschickt gemacht, dass wir nichts dabei gefunden haben, dass wir da nicht abstimmen darüber, über diese Währung, die Deutschen, die Österreicher. Jetzt haben wir das und wir werden alle darunter ordentlich zu leiden haben in den nächsten, über den heutigen Kontinent erstmaligst Menschheitsgeschichte, unterschiedliche Entwicklungsstadien, Kulturen und Wirtschaftssysteme. Die wirtschaftlichen Akteure wurden bei dieser Währungsgenerierung nicht gefragt und der wirtschaftliche Akteur ist einer, der Bier trinkt, der es verkauft, der es produziert und die Kölnerin. Viel Stunden nicht mehr? Gottes Willi, ich bin noch nicht einmal bei 20% durch. Okay, dann gehen wir weiter. Fragen Sie sich Kul Bono, wen nutzt das? Das habe ich eh schon anfänglich gesagt, immer wieder. Fragen Sie sich, wen dieses blöde Stück Papier nutzt. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ist es allen von Ihnen nicht aufgefallen, dass am Schilling, auf der D-Mark, am französischen Front immer real existierend habende Personen drauf sind und Bauwerke, die es gibt? Am Euro ist das nicht. Weil Sie genau wissen, das ist eine Einbildung und das traut man sich. Man traut sich die historischen Personen nicht berühren. Ja, und kein Bauwerk, das ist wirklich jemals gegeben hat, ist am Euroscheinen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gehen wir jetzt weiter, damit ich, ich glaube, wir gehen jetzt, ja, machen wir weiter, bitte. Ja, da. Einer meiner Lieblingsdenker, Frederic Bastiat, bitte nehmen Sie das mit, den Spruch. Er ist eh nicht von mir, er ist von ihm. wenn Gesetz und Moral sich widersprechen, bleiben dem Bürger nur die schmerzlichen Alternativen, entweder sein Moralbewusstsein oder den Respekt vor dem Gesetz zu verlieren. Das heißt, und die Damen hören wieder weg, wir scheißen auf alle diese Gesetze, die es da jetzt gibt. Wir müssen aufhören mit dem Scheiß. Das ist absolut der Schwachsinn. Weiter, das geht sich alles nicht mehr aus, noch weiter. So, Gold, als Währungs, ich habe nur zwölf Minuten ungefähr, als Währungsersatz. Warum? Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Formel, die wir hier haben. Das ist nicht, weil es so viel gibt, nicht weil es so wenig gibt, nicht weil es so gelb ist, nicht weil man es zum Mond ziehen kann, ein Killer und wieder zurück ein Kabel, nicht weil man die ganze Steiermark damit auskleiden kann und Salzburg auch, ohne Sehen. Es hat ganz andere Eigenschaften. Das Gold hat nämlich ein Stock-to-Flow-Verhältnis. Als einziges Gut auf dieser Welt das Optimale ist. Das heißt, Gold ist immer wertvoll für uns alle gewesen und seit jeher wussten die Menschen in den jeweiligen Gesellschaftsräumen, wie viel Gold da ist. Die Arzteken haben es gewusst, die Römer haben es gewusst, wie dann vernetzt wurde, die Welt hat man auch gewusst. Die haben so viel, die haben so viel, die haben so viel und man wusste, wie viel produziert wird. Und Gold ist relativ gleich verteilt auf dem Globus, nur nicht an den Polkappen, ungefähr kann man sagen und dadurch kann man es überall auf der Welt produzieren und wir im Moment haben wir 170.000 Tonnen Gold, es verschwindet nur ein Prozent des jemals geförderten Länge und wir haben eine ungefähre Produktion von 2500 Tonnen pro Jahr, das schwankt um 100 Tonnen im Jahr. Das heißt, das was dazu kommt, das ist ein bisschen kompliziert, aber bitte aufpassen, das zahlt sich aus, das was dazu kommt jedes Jahr ist ungefähr ein Siebzigstel und in 100 Jahren haben wir mehr Tonnen und ist ein Siebzigstel mehr, aber der technische Fortschritt wird es uns wieder gelingen, dass wir wieder genau ein Siebzigstel machen. Das Stock-to-Flo-Verhältnis ist ein Siebzigstel, manche sagen, das ist eine zufällige ungefähr menschenalter, das man erreichen kann, dort wo Gold produziert wird und sollte jetzt einmal irgendjemand eine Goldmine finden, die die Weltproduktion verdoppelt, man kann das ausschließen, meine Damen und Herren, wir wissen ziemlich genau, wie das funktioniert, es ist so wichtig, Goldproduktion, dass man sogar weiß, wenn jemand eine Förderbank in einer Goldmine repariert, muss er das vorher ankündigen, damit man nicht auf den Kopf fallen und sagt, jetzt gibt es eine Shortage. Also sollte die Weltproduktion aufgrund konjunktureller Dellen oder eines Weltkrieges ausfallen, was passiert? Der Preis kam nicht in die Höhe schnellen, beliebig, weil er nur ein Siebzigstel ausfällt. Sollte es verdoppelt werden, die Produktion, der Preis kann nicht in die Tiefe gehen, weil er nur auf einmal ein Siebzigstel mehr da ist. In nicht manipulierten Märkten, wenn sie die Notenbanken nicht manipulieren, natürlich. Das heißt, deshalb hat man das Gold seit jeher als Messlatte zur Bewertung anderer Dinge genommen. Seit 5900 Jahr. Ich kann mit dem Gold aufgrund eines Stock-to-Flow-Verhältnisses in der Gesellschaft, im Land, auf dem Globus, es ist wurscht, wie das runterbricht, kann ich genau sagen, das ist immer stabil und wert und damit bewisse andere Dinge. Wenn ich jetzt mit einem Gummiband den Raum ausmesse und ich nehme zwar 30 Kilo Männer und die ziehen am Gummiband an und messen die Meter ab oder nehme zwar echte Lacken, die anziehen, ich habe immer einen verschiedenen Wertmaßstab. Ich habe eine verschiedene Quadratur des Raumes und genau so ist die moderne Geldpolitik. Wir produzieren Geld en masse, dadurch können wir diese Werte oder den Raum nicht mehr abnüssen. Das Stock-to-Flow-Verhältnis, merken Sie sich das bitte, die meisten von Ihnen werden den nächsten Goldstandard erleben. Wie gesagt, wir haben 6000 Jahre Währungsgeschichte hinter uns und jedes, jedes gemanagte Geld in der Geschichte ist gescheitert, außer der D-Mark und die Währungen, die damals vor 15 Jahren der Schilling, aber die hatten nicht lang genug gereift, sogar denen wäre es wahrscheinlich passiert, wobei denen noch die meisten Chancen gibt, weil die Bundesbank relativ gut geführt wurde. Deshalb hat es auch den Kaufkraft erhalten, meine Damen und Herren. Ich habe die Buchhaltungsaufzeichnungen von vor 3500 Jahren, zur Zeit von Nebukadnezar, die erste Preistabelle in der Menschheitsgeschichte, die wir heute gefunden haben, Einleitbrot, oder umgekehrt, eine Unze Gold kauft mir 300 Leitbrot. Die Damen können sich das umrechnen, wir haben ungefähr einen Preis von 1000, 1100, 1200, also 1000 Euro, in Euro gemessen, rechnen Sie es aus mit dem Brot, wir kommen ungefähr hin. Das geht über 3500 Jahre. Und ich kann es Ihnen sagen, ich war bei der Opik-Analyst, ein Perel Öl ist immer ungefähr um die 16. Eine Unze Gold kauft 16 Perel Öl. Nur seit einem Jahr zerwirft sie das sehr stark. Mittlerweile kann ich 22 kaufen. Das Gold in Öl gemessen ist schon sehr stark gestiegen. Und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass das auch in Ihrer Wehrung demnächst passieren wird. Ein Gold seit 150 Jahren, der schlichteste Lady Gold, der Marke Gold, kostet eine Unze und die Senatoren-Doga, die berühmte, der Anzug, mit dem man sich in den Senat begeben hat, Herren-Anzug kostet eine Unze, heute ist er da kriege ich um ein Tausender, kriege ich schon ein bisschen eine Sakko und eine Hose. Diese essentiellen Dinge bleiben einfach gleich. Der Euro, den wird es 2025 geben, der vielleicht hasst er noch, aber der wird es nicht so geben, meine Damen und Herren. Das lassen wir aus. Das ist die Geschichte, warum die Zuhälter Gold immer umgehängt haben, weil Gold kann ich überall auf der Welt zur gleichen Minute immer zum selben Preis verkaufen. Das heißt, es ist die most marketable good on the planet. Deshalb, die haben sich nie Platin oder irgendwas umgehängt, sondern mit dem kriege ich immer einen Fersten. Habe ich ein halbes Kilo Gold am Hals, kann ich schon immer rechnen damit, 17.000 Euro heutzutage. Aber ob ich jetzt nach Argentinien gehe oder nach Japan, ich kriege immer das Gleiche. Deshalb war das, als wir noch Zuhälter hatten in Österreich, österreichische, war das so. Das gehen wir weg, bitte. Kurz noch, wir sind es dann eh gleich, zwei Formen der Kapitalzerstörung gibt es in der Menschheitsgeschichte, die erste ist im Friedensfall, das ist immer Inflation, Deflation und Crash, wird gesteuert durch Nationalbanken. Die zweite Form ist Krieg. Was? Im Frieden, Zerstörung, was wird zerstört? Im Frieden, Papierwerte, Aktien, Anleihen, das wird zerstört. Im Kriegsfall, Werke, Anlagen, Produkte und Ausrüstungen. Wenn ich Gold richtig lagere, wird es nicht zerstört, weder im Kriegsfall noch im Friedensfall bei der Kapitalzerstörung. Merken Sie sich das einfach, nehmen Sie das mit nach Hause, nächste Folie bitte. Jetzt kommt's, haben Sie ein Auto? Gold als ultimativer Schuldner ist, das ist es auch noch. Und dann höre ich eh wirklich bald auf. Ich kaufe Ihnen heute ein Auto, weil ich habe kein Auto und das gefällt mir so gut und was kostet es ungefähr? 5.000. 5.000. Ich habe aber erst das Geld morgen. Das heißt, heute, ich nehme das Auto aber mit, es entsteht ein Schuldverhältnis, weil ich aber anständig bin, komme ich morgen mit 10, 500 Euro scheinen. Ist die Schuld gelöscht? Nein, wenn ich schon so frage, nein. Die Schuld zwischen uns beiden ist gelöscht. Aber was haben wir zwar gemacht? Geldmenge weiter drin ist eine Umschreibung, es ist so, ich habe Ihnen einen Euro-Schein gegeben und habe die Schuld auf die EZB übertragen. Denken Sie mir nach. Und es gibt nichts auf dem Globus im Moment, was Schuld löschen kann. Gold und Silber wird es tun. Und den ultimativen Schuldlöschen in der Tasche haben, wenn alle schreien und jammern und dann Schulden zu tilgen und sich Dinge zu kaufen, Produktionsmittel für die nächste Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung, die, die was wissen. Wäre nicht so schlecht. Legen Sie sich das eine oder andere und so zu. Sie werden es immer echt danken. Es gibt nur einen Schuldenlöscher seit 1971, das ist gut und selber. Weiter. Noch einmal. Und das ist jetzt, warum ich mir so sicher sein kann, dass es in meiner Lebenszeit sollte eine durchschnittliche Erwartung haben, zum Goldstandard kommen wird. Gold und Demokratie. Gold zwingt zur budgetären Staatsfinanzierung. Das ist einmal der erste Vorteil. Das Verhältnis, das habe ich schon gesagt, der Steuerausgaben zur persönlichen Steuerlast nicht sichtbar. Die Tricks fallen weg und das Wahlverhalten spricht für jene, die die niedrigsten Ausgaben versprechen. Das heißt, wenn wir morgen, was nicht so funktioniert, einen Goldstandard hätten, die nächsten Wahlen würden ganz anders ausschauen. Da gibt es keinen Feimann mehr. Ja? Da gibt es keinen Merkel. Da gibt es nicht, den Namen ich nicht einmal kennen in Brüssel, die charismatischen Typen da, die nicht einmal eine Klassensprecherwahl gewonnen hätten in ihrem Leben. Schauen Sie sich die alle an, diese Menschen. Schauen Sie sich diese Menschen wirklich an und ich wäre dafür, ich bin eher aus einem obersteirischen Bergdorf, Demokratie ist down, wenn einer, der darf nur zur Wahl antreten, wenn er schon einmal Klassensprecher war, weil dann hat er sich schon als Kind irgendwo stark gemacht für andere. Ich war nie einer, also ich kann mir den nicht in Frage, das muss ich nur dazu sagen. Aber diese Menschen in einem echten Geldsystem, wir hätten nicht diese Politiker, wir hätten nicht diese Verschuldung und es werden die meisten unserer Probleme gelöst, das wird auch so kommen, das ist das Positive, was ich Ihnen sagen kann, wir kriegen nur ein paar Europa die Zeiten dazwischen. Das ist halt so. Weiter bitte. In einem Goldstandard und Regierung, Goldstandard versus Regierung, da haben die Menschen das Geld, die borgen das der Regierung zu einem ordnungsgemäßen Zinssatz, der muss nicht manipuliert werden, weil ich gebe niemandem mein Geld her für 0,003 Prozent, schon gar nicht in Feimann. Ja, sicher nicht. Ja, oder den Rollenfahrer. Nein. Die Staatsausgaben sind begrenzt durch die Höhe der Steuerannahmen und jetzt haben wir schon, je weniger Regierungen zur Verfügung haben, desto weniger uns ihn passiert. Das ist wirklich so ein lapidarer Satz, aber das stimmt einfach. Weil Geld und Geldkraft gehört in die Hände des Individuums, weil der macht höchstwahrscheinlich was Sinnloses oder geht pleite. Aber Regierungen gehen immer weiter. Wenn die österreichische Bundesregierung ein Tischler war, müssten sie seit 1945 jedes Jahr in den Konkurs gehen. Das schafft nur das Geldsystem, dass sie es nicht tun. Ja, nächste, bitte. Zentralbanken und Gold, seit 2010 kaufen Zentralbanken Gold. Warum tun sie das? Wenn eine Zentralbank ihre Produkt, die Währung, hergibt, um sich Gold zu kaufen, uns aber mit Gesetz zwingt, dass wir die Währung verwenden, stinkt es. Das ist ungefähr so, wie wenn der Herr Zetsche, der Chef von Mercedes, auf einer Pressekonferenz sagt, kauft sich Ole an Daimler, das ist eine klasse Sache, hinten rauszugehen und dann BMW fährt und seine Frau und seine Tochter auch. Das ist, wenn Zentralbanken Gold kaufen. Und wenn die das machen, müssen sie es auch tun, weil sie eben mit dem Gold den alternativen Schuldenlöscher haben. Nächstes bitte. Nein, können wir weitergehen, das ist schon jetzt. Noch eins, noch eins, noch eins. Das wollte ich euch alles erzählen. Eins noch. Das ist mein Abschlussfall. Ich glaube, ich habe ein paar Minuten überzogen. Ihr verzeiht es mir. Je mehr Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wir das einmal brauchen, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es wirklich Zeit, nicht einmal korrupter Bürger zu spielen, sondern Zivilcourage haben, den Sumpf trockenlegen, nicht zur Wahl gehen und denen diesen hier zeigen. Schönen Abend noch. Danke vielmals. Applaus